Hey Leute, was geht? Der 304 ist wieder hier und ein paar haben gefragt, ob denn jetzt erstmal ein Posing Update kommt. Dann habe ich mir gedacht, stelle ich mich jetzt einfach mal auf die Waage und mache mal eben ein Posing Update. Ich wiege im Moment 86,5, so wie ich gerade hier stehe. Wir haben nicht morgens, ich habe gerade ein kleines Stück gegessen, wir haben jetzt schon so mittags. Schaut es euch einfach an, kurz Posing Update, damit ihr wenigstens ein bisschen Content habt, aber ihr wisst, es kommt uns natürlich zu, aber dazu die Tage mehr. Haut rein. Also kurz noch ein bisschen anspannen, ihr wisst, ich habe keine Posing Routine, ich mache das nicht regelmäßig, ich mache das auch nicht um abzuposen, sondern einfach damit ihr einen Progress habt, damit ihr seht, was so abgeht, aber ihr wisst, im Moment kann ich sowieso keine Brust trinken, aber das war scheißegal. Schaut es euch einfach an, ich gucke mal, dass die Kamera gut steht. Okay. 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 Das ist eine ganz normale Front, so sieht das von vorne aus, so sieht das ganz normal von hinten aus, so sieht das von rechts aus, auch die Arme nach vorne nehmen und so sieht das wieder von vorne aus. Dann fangen wir mal an. Standardmäßig, ihr wisst ja, meine Arme sind ja nicht so dick, aber jetzt kommt erstmal die Bizeck-Pose, wo sie sich auszuhalten. Und ihr seht, da ist noch einiges am Längen, aber das versuche ich im Moment auszubleichen. Dann machen wir mal hier ein bisschen seitlich was. Ich muss dazu sagen, das Ganze ist, äh. Ist ohne Punkt, ja. Und ich kann, es zündere mich selbst nicht als Volleybuilder. Sondern, zum Beispiel links habe ich gar keinen Arm, wo ich das überhaupt anspannen soll. Äh, hier so. Sieht hier entsprechend auch krüppelig aus. Ach, fuck. Auch der linke Arm hier. Ich denke so. Genau. Hier vielleicht mal näher rangehen. Dann friss ich immer noch mehr. Obwohl ich keine Brust trainiere im Moment. Äh. Ist mir trotzdem noch ein bisschen Brust geblieben. von damals. Und mein Sixpack ist halt aufgeblieben. Ja. Und der Rücken bleibt. Das ist halt so wirklich ziemlich lustig. Sollen wir die Beine heute, nehmen wir die Beine heute mal mit dazu? Ich glaube die Beine nehmen wir heute mal mit dazu. Äh. Jetzt ist eine super, super, super Hose dafür an. Scheißegal. Beine nehmen wir jetzt dazu. Einen Moment. Und jetzt. Hier so ein bisschen wie Karl so. Hey Leute. Karl hier. Und jetzt geht's bei Prostik. Komm mal kurz mit runter. Ehhh. 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 Adem. Adem lecks drauf. Weil ich nicht auch immer die Beine sinken kann hier. Oh, die Schniegel. Ah. Okay. Äh. Ich mach jetzt ja ein bisschen. Ach n Scherzi. Ehh. Lass mich, mich mal so ein bisschen. Hier so hinstellen. Wie ist denn jetzt drauf? Sind die drauf? Ich nehme an diese. Ich stelle mich einfach hier drauf. Bis die längst drauf seien. Donnen patten wir weg hier. Oh da haben wir. Ich glaub man hat ein Ei gesehen. Ich muss zensieren hier. Ehhh. 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 Hier muss ich sagen. Ehhh. D- Ehhh. Ohne Punkt und ich habe auch keine Ahnung, wie man hier speziell Beine anspannen soll. Ich denke, dass da durchaus meine Vorhanden sind, meine Freunde. Okay. So. Ehh. Ja. Loh. So, siehst du. Amos. Ehh. Loh. Bis dahin, ansonen. Ja. Ja.